Willkommen zu einer neuen chilligen Runde. Worte vor Grave von Blizzard Entertainment. Petsch, Steint, Worte, LK, auf dem Privatzimmer, Rising Guards. Wir stehen hier vor Duga in Wildhammer. Eine absoluten Labertasche in den östlichen Messländern. Hier seht ihr, der ist nur am rumnigeln. Was wir bei dem später brauchen, weiß ich nicht. Sari seht ihr, musste jetzt leider doch los. Wir haben keine zweite Folge mehr zusammen geschafft, aufzunehmen. Die werden wir demnächst aber nachholen. Da ich kaum noch Folgen habe, werde ich jetzt noch eins, zwei sicherlich aufnehmen müssen alleine. Achso, wir müssen jeder gegen jeden, weil sie noch drin ist. Ach komm, wir schmeißen Sari einfach. Das geht gar nicht mal so. Dann müssen wir hier Gruppe auflösen. Gruppe vorlassen, jawohl. So. Schade, sonst hätten wir Sari auch mal rausschmeißen dürfen. Das einmal. Ja, lalala. Kreischen. Ach, jetzt wird es ja lustig. Achso, ging nicht durch, fein. So, wir brauchen noch zwei solchen Fledermäuse. Wir brauchen noch... Ja, was brauchen wir noch alles? Die Aus... Dinger. Was haben wir denn hier? Kleine solchen Hunde. Denn nach den 30 hier müsste es noch mal ein Request geben. Der bin ich mal hier gespannt. Dann können wir nämlich die anderen Fledermäuse, die Giftigen und so weiter auch mitmachen. Die wir in der letzten Runde schon angefangen haben. Jawohl, Turm der Kronenwache entdeckt. Nice. Schönes Ding. Was haben wir denn hier schon wieder? Distanzangriffskraft um 50 verregert, was? Elnarkauf und Distanz. So. Sekret. Kaum ist Sari weg und die Dinger hier truppen nicht mehr. Ich habe mich vorhin schon gewundert, dass sie so oft getroppt haben. Denn die Scheiben, die formt man am besten hier oben bei den Großen. Da truppen dann zwei. Öfter mal zwei. Meistens eine. Jawohl. Oh ja, dann ist das grüne Zugswinzenz jetzt alles für mich. Bisschen rum. Ach, na, im Golem. Ich bin gewundert, warum der so grün aussieht. Was war es denn überhaupt? 15 Beweglichkeit. 14 Willenskraft. Nein. Das ziehen wir nicht an. Und Nachtkriecher behalten wir. Das behalten wir. Jawohl. Ich sollte unbedingt mal aufräumen und mal das andere Zeugs hier rausschmeißen. Was brauche ich denn? Robusten Stein. Wieso habe ich denn den aufgehoben? Und wo haben wir so viel her? Der Quatsch. Auf der Bank. Ja, das sehe ich noch ein. Aber selbst da kann man rausschmeißen an den Twink und verkaufen. Was wollen wir mal damit? Was wollen wir damit? Aufheben. Ja, mache ich ja. Aber ich meine, was wollen wir wirklich damit? So, der Warum-Quest. Zumindest bei dem, wo wir hier oben schon waren. 19 kleinen Hund brauchen wir noch. Damit wir das abgeben können. Was hat er denn an? 4.000. Nein, das geht. Dann haben sie den wieder runtergezogen. Der hat früher auch noch mehr. Das war ein Fünfer-Quest. Ja, ich glaube, der war damals auch wieder so klassisch. Aber da freue ich mich wieder drauf. Die ganzen Mobs. Buu, ja. Den brauchen wir nicht. Den haben wir schon. Da unten ist so ein kleiner Hund. Dann können wir die wieder... Ach nee. Das sind ja nur die Einzelnen. Das heißt, ich renne jetzt nur zurück wegen den Fledermäusen. Ernsthaft. Das ist ja... Hm. Aber fertig haben wir sie schon mal. Damit können wir sie da oben abgeben. Brauchen wir sonst noch was? Hier unten. Nur noch die Aas-Beinscheiben. Aas-Wurmfleisch. Und hier. Ansonsten ist der Rest alles oben. Okay. Habe ich verstanden. Ja, und nein. Toll. Jetzt droppt hier nichts mehr. Sorry. Komm zurück. So, das da. Das da. Und... Genau, das da. Oh, dann machen wir mal einen Quantensprung da hoch. Bis gleich. So, die, hier sind wir wieder bei dem da oben. Stehen wir noch vor einer Aas-Laufe. Nehmen wir gleich mit. Die droppt bestimmt. Die ganzen acht Stück. Nein, natürlich nicht. Warte mal, können wir... Mal wieder hier. Hier. Hier wohl den Skill-Punkten mehr. Was hatte ich ihm beim letzten Mal so schönes gedrückt? Was keine Abklingzeit hatte. Ich weiß es ja nicht mehr. Oh, hier. Was hat man hier noch schönes? Die Route der Transformation. Blut gefärbter Himmel. Was? Wir müssen vorher alles... Okay, dann ist es so. Dann habe ich mich gedrückt. Den schnappen wir uns die da noch. Ja, und wir machen dann... Einen Quantensprung. Am besten gleich hier rüber. Können wir hier? Jawohl, hier. Genau, dass wir das sehen. Von dem Turm aus. Da, wo wir schon gestanden haben. Bis gleich. Zudeli. Hier sind wir wieder bei dem Knilch. Und... Genau. Hier machen wir weiter. Den... Da, wo wir letzte... Äh, diese Runden eingefangen haben. Jetzt reiten wir hier hoch und schauen mal, was wir noch so kriegen. Jetzt spinnt auch noch meine Aufnahme-Uhr rum. Was ist denn hier los? Warte mal kurz. Ja, ist egal. Mach weiter. Das ist die giftige. Nein, die brauchen wir nicht. Hier ist eine Leiche. Warum? Was? Giftige brauchen wir nicht. Den brauchen wir. Jawohl. Achso, wir brauchen ja nur noch die Hunde. Wir brauchen gar keine von den Flugviechern mehr. Äh, hä? Äh, wie viele haben wir noch frei? Neune. Denn dann können wir ja auf dem Weg... Nehmen wir, hier ist noch eine davon. Was liegen denn hier immer für Skelettern? Menno. Kann ja gar nicht sein. Und so. Zack. Jawohl. Dann mal Scheibe Nummer 9. Und... Haben wir hier noch ein paar Hunde? Ich sehe hier immer nur die großen Flutter-Fichters. Fichters! So. Jawohl! Eingedrehte Schraube. Quietschen muss es. Na? Ich will doch den da und so. Was denn jetzt? Ähm... Ja. Das können wir auch im Kampf ablaufen lassen. Verlangsamendes Gift. Ja. 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 Bei dir können wir ja mal hier eine Heilung draufhauen. Die können ja die Kursen. Deswegen haben wir ja einen Skillpunkt reingesetzt. Zack. Weg ist. Genau. So. Rasen. Solche Hunde brauchen wir noch. Die brauchen wir auch noch. Fünf Scheiben Auswurmfleisch. Ich hoffe mal, das passt jetzt von der Aufnahmezeit insgesamt. Letzte Runde hat meine Uhr schon rumgesponnen. Ich brauche eine neue Uhr. Nein. Warte mal. Brauchen wir die nicht auch? Oder ist es erst Silithus? Die Rumpler? Sind Silithus? Jawohl. Arslaufe. Jetzt sind noch die Kleinen. Hier drüben kommen dann die Großen. Huh. Wie es mich wundern, die sind keine. Keine solchen Hunde mehr. Hier sollte alles voll sein. Sind die jetzt auf demselben Sporn wie die Fledermäuse? Jeder killt nur die Hunde und die spornen immer weniger nach. Ahahaha. Ah, es war Schlinger. Jawohl. Vom Level her ein bisschen größer. Und hier. Ja, horcht hier. Und da gab es schon mal zwei Scheiben Fleisch. Oh, hier. Wauwies. Das sind die Rasenden. Toll. Das wird ja lustig. Das kann was werden. Und dann. Monströser. Ja. Also als Quest. Kenne ich sie. Ich frage mich nur, wann. Und wo. Genau. Hauen wir hier richtig drauf. Und Scheibe. Jawohl. Wir müssen demnächst. An die Kathedrale. Um zu verkaufen. Verkaufen. Hast mal den da. Jawohl. Dann den anderen. Du musst ja nicht ganz so viel klöppeln, wenn du die Ars vor Schlingern hier nimmst. Aber sie müssen natürlich auch da sein. Ich muss näher ran. Nein. Ich hab doch jetzt. Jawohl. Damit haben wir das. Wie viel Munition? Ach. Das reicht noch eine ganze Weile. Jetzt. Das da. Und. Das da. Und jetzt war ein solcher Hund mit dabei. Hä? Das ist aber. Okay. Rasender solchen Hund. Rasender solchen Hund. Rasender. So. Was der Posten zu tun hat. Zu sagen hat. Kann ich dir nicht sagen. Das sind Agentum Infanteristen. Hier ist irgendwo auch ein Heiler. Jawohl. Agentum Sanitäter. Ich hab viel zu tun. Zweck. Geht mir aus dem Weg. Jawohl. Das scheint erstmal einen bestimmten Ruf zu funktionieren. Es gibt das Gerücht, dass man sich da oben heilen lassen kann. Egal was du drauf hast. Aber ich hab ja auch gerade nichts drauf. Rasender solchen Hund. Jawohl. Jo. Termiten wollte ich jetzt hier oben nicht unbedingt mitmachen. Warte mal. Klopfen wir von hinten rein. Abschreckung. Nee. Totstehen wollte ich mich auch nicht. Hm. Termiten. Da. Ein Termitenhügel. Damit ihr schon mal gesehen habt. Wie die aussehen. Hier vorne stehen eigentlich noch mehr rum. Nur werden die auch sehr. Sieben. Die werden die auch sehr gerne genommen. Deswegen höchstwahrscheinlich auch so wenig drin. Und die stehen hier auch überall rum. Rasenden solchen und Hammer schon. Das heißt, du kannst hier auch quer Feld einreiten und überall schauen, wo solche Hügel rumstehen. Du musst allerdings auch immer ein bisschen aufpassen. Also hier sind einige Mops. Jawohl. 19 Stück. Das ist doch schon mal was anderes. Das ist doch schon mal was anderes. Und... Und... Eine sehr schöne, beliebte Farmgegend. Gerade hier in der Gegend von diesen kleinen Zigurats sind viele schwarze Lotusse. In so ein Zigurat musste man früher mal rein. Ich glaube, da stand ein bisschen weiter hinten. Oder sind wir schon... Hier irgendwo. Ja. Das war das alte Naxramas. Ja, ja. Es gab auch Naxramas schon auf Level 60. Ganz bestimmt sogar. Ich war da drin. Ich erinnere mich nicht mehr gerne zurück da dran. Aber ich war da drin. Ja. Heftig, heftig. 18 Stück. Jawohl. Es wird, es wird. Es wird, es wird. So, hier haben wir das nächste. Achte. Haben wir schon mal über die Hälfte. Da hinten blinkert es auch irgendwo. Oh, ich habe... Oh, ich habe doch hier irgendwas. Da oben. Jawohl. Ich habe gerade... Oh, ich habe doch keiner am Schädel. Doch, also. Ja, das auch. Aber nicht so schlimm. Das ist schon überall Leuchtensee. Ah, Leuchten ist gut, ne? Hello. Jawohl. Epics. So, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ich sollte aber nicht so tragisch sein, denn das Zirksteht hier überall rum. Also hier auf dem Weg laufen, ist ungünstig. Wenn gerade die Putt langkommt. Die Elite Putt. Haben wir hier noch irgendwo... Jetzt dürfte es runter... Da! Bam, bam, bam. Theatralische Musik. Nehmen wir sieben Stück. Boah, das war früher so schön. Da waren so viele drin. Wie sieht das jetzt auf dem Live-Supp aus? Äh, auf Klassik? Sind da auch so viele drin? Wie ich es gewöhnt bin früher. 20, 30. Das ist ja schon hier. Bäh. Na, Resette. Jetzt. Schleiche ich mich von hinten hin? Hab ich. Was du da machst, ist egal. Dich mach mal... Öber, kaputt. Jawohl. Geräten raus, rein. Horst, geht's nicht. Fein, 62. Jetzt. Was? Achso, den hat einer für uns eingenommen. Ja, deswegen ist der grün. Oder die Mops sind hier grün. So, hier können auch überall... Wie man hier sieht... Hier können überall das Zeug rumstellen. Hier kriegen wir später noch... Jawohl, jetzt haben wir die 100 voll. Haben wir mehr als wir sollten. Jawohl, haben wir. Und wegmachen. Wir müssen Inventarplatz sparen. Jetzt muss man hier hin. Solchen Hunde holen. Zu dem müssen wir auch. Hier geht's durch die Höhle durch. Aber kann ich dir nicht mehr empfehlen. Da sind jetzt die Spinnen drin. Dann... Die kamen später. Jens, am Anfang zur Klassik war die Höhle leer. Dann wie immer abgekürzt. Und ja, die Höhle war wirklich leer. Gibt's auch Diskussionen. Nein, da war von Anfang an ein Mops drin. Nein, Jens, sicher nicht. Woher ich das weiß. Weil ich durch die Höhle durchgelautet bin. Das war eine sehr beliebte Abkürzung, um hier oben reinzukommen. Gerade wenn du in WPL-Questen warst, bist du immer schnell hier durch die Höhle durch. Dann kannst du hier oben an sämtlichen Mops vorbeilaufen. Da gibt's extra einen Weg, ja. Da steht nicht einer. Deswegen hab ich das gerne früher so gemacht. Oder so gerne früher gemacht. Ich hab ja nichts gegen das Schnellsehen an sich. Aber mit nem Heiler-Druiden, da nimmst du nicht jeden Mob freiwillig mit. EP gibt's sowieso nicht, wenn du einmal 60 bist. Und das bisschen Loot, was der hat, das kann er sich gerne sonst wohin und so. Dit brauchst du nicht. Auch die Chance auf random Epic ist egal. Weil mit nem Heiler machst du ungerne irgendwelche Mops extra. So, den sind wir wieder hier vorne. Haben wir hier... Nein, das ist ein Rasender. Das heißt, wir müssen... Ach nee, wir sind noch zu weit nördlich. Aber hier unten waren ja keine. Dann können wir nur hoffen, dass die restlichen dann da auf der anderen Seite sind. Oder wir müssen uns hier durch die Fladermäuse pochen. Was ich natürlich nicht unbedingt möchte. Wird mich wundert, wir haben auch noch kein Loot gefunden. Wird das... Hab ich hier wieder mitgenommen? Oh ja! Wow, wie's. Hat hier vorher jemand geklatscht? Dass wir die nur nicht gesehen haben? Wir sind doch hier langgekommen. Genau, hier sind wir langgekommen. Oder sind das die zwei, die mal hier geklatscht haben? Ne, einen hat man nur hier. Einen hat man dann oben. Na? Bam, bam, bam! Amor Nummer vier. Fetzt. Na? Und jetzt, jawohl. Den da und den da. Und... Ah! Jetzt ist hier alles voll, jawohl. Sari hat vorher noch weitergequestet. Ich seh's. Nein, die ist gleich raus. Die hat uns hier nicht alles zerschnittselt. Jetzt ist hier unten alles voll mit solchen Hunden. Äh. Menuh. Aber. Die geben wir jetzt noch nicht ab. Wir reiten jetzt hier rüber. Schnappen uns hier alle Quests. Und dann kehren wir da drüben zurück. Und geben da alle Quests ab. Ich will nämlich sehen, was wir hier alles noch kriegen. Und. 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 Boah. Eigentlich nur, was wir hier alles kriegen. Die Quests gehen wir auch noch ab. Und ich glaube, da gibt's auch noch Folgequests. Ich weiß nicht, ob das diese übelstlangen Questreihen waren. Muss ich hier rücken. Ne, das ist nicht die, die Narbe genau. Ah, jetzt sind wir schon wieder am Ende einer Runde. Jut, aber da drüben möchten wir noch hin. Ne, in die Narbe möchten wir nicht rein. Wir möchten nur zu dem Pushten. Pushten. Pestilenz Narbe. So ein bisschen aufpassen. Jawohl, ich dachte schon. Hier geht's nämlich irgendwo verdammt tief rein. Ne, hier. Traubenblatt. Wir sind ja kein Quotterkundler. Auch sehr gerne genommen als Farmgebiet. Denn hier sind auch viele große Toriumse drin. Und hier haben wir jetzt. Jawohl. Die Kapelle des hoffnungsvollen Lichts. Und. Ja, wir gehen mal verkaufen. Hier hinten steht doch irgendwo ein Händler. Der hier. Handwerkswahn. Der Jibitz. Besonderes Rezept für die Juve. Genau hier. Juwenschläfen. Gering der qualvollen Schatten. Hier drücken wir das Zeugs hier alles mal in die Hände. Schattenwiderstand. Ne. In so klein brauchen wir das nicht. Genau, das brauchen wir auch alles nicht. Packmuli ist jetzt egal. Wir drehen uns mal in diese Richtung, dass wir das da im Hintergrund schön sehen. Fein. Mach mal hier mal zu. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Zu einer schwierigen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment. Petsch, Steint, Waddle, Kay of the Privats of War, Rising, Goats. Bis dahin, auf Wiedersehen und... Schizikowski!